Ja, ha, 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 schönen guten Metal, Leute! Eben, bis wieder! Euer Arnie! Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich sag mal so, das war ne harte Nacht. Ha? Das war ne harte Nacht. Ich werde mir jetzt den ganzen Tag verteilt über diesen Stream anschauen. Ich dachte gestern, ah, der muss eh nicht draußen schlafen, der macht ne Stunde, dann ist er weg. Ich, nee, nee, was sehe ich heute Morgen in meinen entzündeten Euglein? Achteinhalb Stunden. Das kann doch wohl nicht wahrsteigen. Junge, 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 Junge. Stell dir mal vor, sie Diva machen. Nee. Achteinhalb Stunden, Leute, ich werde den Tag über verteilt diesen Stream schauen. Mir die Sachen aufschreiben, die ich dann... Ich werde nicht alle Sachen diesmal aufschreiben. Ey, wenn er diesmal wieder... Ich weiß, dass er ganz am Anfang... Oh, ich könnte mich in der Aura ertränken, ne? Denn es ist so kalt. Also bitte spendet. Das lasse ich mal weg. Okay? Also solche Sachen lasse ich jetzt mal weg. Wenn irgendwas super witziges vorkommt, schreibe ich es mir auf. Und das schauen wir dann zusammen an. Vielleicht werde ich auch... Also dieses Video wird mehr Teile haben. Für euch wahrscheinlich nicht. Vielleicht mache ich es hier aber auch als Zweiteil. Mal schauen, wann ich damit fertig bin. Ähm... Oder achteinhalb Stunden ist einfach zu viel. Auch für den Arni. Das kriegt er nervlich nicht hin an einem Stück. Ähm... Aber, Leute, was ich euch gesagt habe. Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch? Wie oft ich das gesagt habe? Woher weiß ich, dass er die letzten Nächte nicht draußen schlafen musste? Wenn er draußen schläft, ist er online. Oder wenn er raus muss. Dann ist er online. Ich weiß nicht, ob er aus Angst online ist. Wie gesagt, das kann gruselig sein. Man weiß... Man weiß ja nicht, was es ist. Man kennt sich ja draußen nicht so gut aus, wenn man reiner ist. Da kann man Geräusche hören im Gebüsch. Ja? Und anstatt, dass man denkt irgendwie... Das ist eine Maus oder ein Vogel oder irgendwas... Denkt man natürlich, das ist das Krümelmonster. Ja, vielleicht hat er auch nur Angst, dass es ruhig wird. Und er mit seinen Gedanken allein ist. Auch das wäre für einen reiner angsteinflößend, glaube ich. Aber erinnert ihr euch daran, dass ich das gesagt habe? Wenn er draußen ist, ist er online. Der Arnie hat es gesagt, Leute. Glaskugel, Arnie am Stösel. Glaskugel, Decker natürlich. Na, führen wir was Neues ein. I, einführen. Leute, ich werde mir das Video jetzt anschauen. Wahrscheinlich auf doppelter Geschwindigkeit. Wenn was Gutes kommt, werde ich da pausieren. Werde dann hier, ich mache mal Ding. Werde das dann mit euch zusammen anschauen. Dieses Thumbnail ist entstanden, weil ich kurz reingehört habe. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe es vorher gesehen und erzähle euch jetzt Blödsinn. Links ist natürlich einfach, ja. Rechts ist das arbeitende Volk. Und links daneben, der möchte nicht so gerne. Und das Zeichen dazwischen, das habe ich da reingemacht, weil ich gesehen habe, oder beziehungsweise gehört habe schon, dass er wohl irgendwas mit der Spaßkasse zu tun hatte. Deswegen habe ich das Zeichen einfach sicherheitshalber mal reingenommen. Gut, Leute. Wir sehen uns im Endeffekt für euch jetzt sofort wieder. Für mich wird es ein bisschen dauern. Sobald die erste Stelle da ist, von der ich glaube, da müssen wir drüber reden. Rede ich mit euch drüber. Hören wir uns an. Wir reden drüber. Es kann sein, dass dieses Video sehr spät am Abend rauskommt. Wenn ich einfach sehe, dass es fünfe, sechse wird und wir das Video zur Hälfte durch haben, mache ich da einfach ein Zweiteil davon. Ja, dann mache ich da ein Zweiteil davon. Und dann gibt es morgen den Rest. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch noch was anderes zu tun. Ich kann jetzt nicht acht und halb Stunden ein Stück rein erschauen. Das kriege ich für meinen Tag einfach nicht hin. Das ist nicht drin. Leider. Leider. Ich wünschte... Nein, eigentlich wünschte ich nicht. Überlegt mal, euer Arbeitstag liegt darin, acht und halb Stunden reinher zu gucken. Nee. Nee. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Grüße raus, Henki. Ja. Leute, bis gleich. So, meine Lieben, wir sind schon bei dem ersten Punkt. Wir hören erst mal rein. Da sagt jemand, der Nico, bei ihm im Chat, schlafe diese Woche auch draußen. Bin am Campingplatz bei Regensburg. Wir hören mal Reinas Antwort. Außerdem, Nico, der Unterschied zwischen dir und mir ist, du hast dich freiwillig zu entschieden, draußen zu schlafen. Ich nicht. Hier möchte ich noch mal sagen, dass ich mich noch an den Spruch erinnern kann mit Ich hab mich dazu entschieden, mein Haus zu verkaufen. Ich habe das entschieden. Ich habe entschieden, draußen zu schlafen. Ich bin jetzt frei. Ich möchte keine Wohnung mehr. Aber, wenn das Geld knapp wird, ich hab mich nicht dazu entschlossen, draußen zu schlafen. Bin nur armer Reini. Kann mir bitte einer Geldi-Geldi geben? Aber wenn es soweit ist, haben die Hater, die Hater haben dir das Haus weggenommen, haben sie dich besiegt? Nein, das habe ich selber gemacht. Nein, das war meine Entscheidung. Das habe ich selber gemacht. Und wenn man dann sagt, oh Rainer, du armer, brauchst du Geld? Ja, die Hater haben mein Haus weggenommen. Immer wie er es gerade braucht. Immer wie er es gerade braucht. Es ist wirklich Wahnsinn. Also, dann hat dir noch jemand reingeschrieben, kauf dir doch mal irgendwie ein ganzes Brot. Dann kannst du Geld sparen. Rainer hat daraufhin gesagt, ich habe mir ein ganzes Brot gekauft. Das ist aber schon weg. Wie kann man dann an einem Tag ein ganzes Brot essen? Also bitte. Und man sollte da auch, wenn man draußen lebt, ein wenig auf Lebensqualität achten. Und sich auch mal zwischendurch was Warmes gönnen. Das ist gut für die Seele. Und wenn es nur Spaghetti mit Nudeln sind. Oder Spaghetti mit Nudeln. Spaghetti mit Ketchup. Oder Nudeln mit Ketchup. Ja? Es ist was Warmes. Das tut der Seele einfach gut. Sich den ganzen Tag Brot reindrücken, ist halt auch nicht. Und wir kennen Rainers Brot. Garantiert so ein Weißbrot, wo einfach nur Weizenpam, da kannst du dir drei Scheiben von reindrücken und hast dann irgendwie eine Stunde später wieder Hunger. Ne? Na, aber hier nochmal zu dem Ding. Ja, ich habe mich nicht freiwillig dazu entschlossen, draußen zu schlafen. Es war sein großer Plan. Ich möchte das hier nochmal äh... sagen. Ja. Dann fragt jemand, wie lange dauert, bis du das Geld von TikTok bekommst. Da hat er drei Tage. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, meine IBAN ist noch in der Beschreibung und so weiter. Bitte Geld. Naja. Ich schaue mal weiter. Gleich ein paar Sekunden später das nächste Ding. Äh... Wir hören mal rein. Rainer hat wieder einen Discord. Ja? Hört mal auf die Frage. Er liest sie vor. Ich finde es übrigens sehr schön hier die Donations für Inge. Ja? Äh... Inge bekommt mehr Donations als Rainer. Und zu was? Zurecht. Dann kommst du mal in den Discord. Am besten, wenn ich nicht tiefgefroren bin. Das heißt auf Deutsch. Ich übersetze mal. Ja? Ich übersetze mal Drache Deutsch, Deutsch Drache. Ähm... Also ihr müsst mir erst mal Geld geben, damit ich irgendwo unterkommen kann. Dann können wir darüber reden, dass ich in Discord komme. Das ist eine tolle Belohnung für die Leute, die, ähm... Die dir Geld geben, Rainer. Eine tolle Belohnung, dass die dann untereinander miteinander reden können. Bringt ungefähr gar nichts. Ja? Aber diese Aussage schon wieder ja am besten, wenn ich nicht tiefgefroren bin, heißt natürlich, gebt mir erst mal Geld und dann sehen wir weiter. Wo wir gerade bei Weitersehen sind, ich sehe auch mal weiter. Ich habe mir groß vorgenommen, nicht alle paar Sekunden, aber Rainer redet hier über das Bürgergeld. Wir hören mal rein. Wurde es abgedeht oder dauert es einfach noch? Nee, ähm... Es kommen bei mir ein paar andere Faktoren dazu, weil ich ja auch mit TikTok und so Geld verdiene. Ich komme zwar mal auf Plus, Minus, Null, aber so einfach ist das leider nicht. Eigentlich ist es so einfach, Rainer. Natürlich kommst du auf Plus, Minus, Null, denn ich weiß nicht, äh, wie viel er in diesem Bürgergeld bekommen würde. Das würde jetzt zu lange dauern, das Zeug klären. Ruhe. Ruhe, Rainer. Ruhe. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Weiß ich nicht, 400 Euro, 500 Euro oder so. Ja? Was Rainer ja auch mit TikTok bekommt. Rainer, was du dabei vergisst, ist, dass wenn du das Bürgergeld hättest und TikTok liegen lässt, würdest du auch Miete bekommen. Die würden dir auch Miete bezahlen und damit bist du bei dem Bürgergeld ja einfach bei mehr Geld, als du jetzt bekommst. Als du jetzt gespendet bekommst. Das kann man beim lieben Inge, wo wir übrigens schauen, ja, die Eule, der Kanal ist in der Videobeschreibung, wer da kein Abo hinterlassen hat, der möge das bitte nachholen, ja. Also ich glaube, das vergisst Rainer, dass er auch die Miete bezahlt bekommt. Und Wasser und Gas glaube ich auch nicht. Ich glaube, Strom muss man selber bezahlen. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Also Wasser, Gas, Miete, Rainer, das musst du mal umrechnen. Das kommt auch auf, weiß ich nicht, 600 bis 800 Euro, die du einfach, natürlich siehst du die nicht. Die gehen direkt an den Vermieter. Gehe ich mal von aus. Aber es ist Geld, das du trotzdem bekommst, das du verbrauchst. Das hast du hier nicht. Wir schauen mal weiter. So, wir sind in der nächsten Szene. Leider kann ich dir nicht vorspielen, weil da unschöne Sachen gesagt werden. Rainer sagt, er läuft öfter mal einer Obdachlosen vorbei, die auf einer Matratze schlafen. Die haben schon mehr als er. Komisch. Und Rainer denkt sich, ah, ich muss doch irgendwas für die tun können. Eigentlich wollte ich nicht für so Lappalien unterbrechen. Aber Rainer, falls du dieses Video hier siehst, gib ihnen doch einfach Unterputzdeckel, du. Wir machen mal weiter. So, dann in die nächste Szene. Rainer musste kurz weg, denn da waren wieder Besucher. Ja, wir hören mal, was Rainer über diese Besucher sagt. Ne, das waren jetzt korrekte Jungs und Mädels. Die haben mir jetzt einen Zehner zugesteckt. Nicht bei uns, so geil. Ja, Das ist mir natürlich für die Übernachtung nicht, aber das ist natürlich etwas, was man morgen zumindest einen heißen Kaffee einbringt. So, darauf freut Rainer sich. Es bringt ihm morgen einen heißen Kaffee ein. Ja. Anstatt diesen Zehner wegzulegen, denn Rainer ein Zehner jagt den anderen. Natürlich hilft dieser Zehner nicht für die Übernachtung, denkst du dir, aber Rainer, er hilft, denn wenn der nächste kommt und auch einen Zehner gibt, dann sind es schon 20. Jetzt ist das Problem, wenn du morgen mit diesem Zehner einen Kaffee trinken gehst, dann ist der Zehner weg. Verstehst du das? Da ist überhaupt kein Gefühl für Geld. Überhaupt nichts. Ich habe einen Zehner oder ich habe 20 Euro und weiß, ich kriege diese Woche nichts mehr. Was mache ich damit? Tja, ich decke mich für die ganze Woche ein. Rainer denkt, ich gehe einen Kaffee trinken. Ich kann damit ja eh nirgendwo übernachten. Das ist wie in diesem Blog-Eintrag, wo er gesagt hat, es kriegt nur derjenige ein Poster, der mir den ganzen Tag auf einmal überweist, die 50 Euro. Wenn mir jemand zweimal 25 Euro überweist, dann reicht es nicht. Denn bei Rainer ist das Rechnen so, zweimal 25 Euro bringen keine Übernachtung, aber einmal 50 Euro schon. Möge verstehen, wer möchte. Ich nicht. Aber wenn ich jetzt schon höre, anstatt sich diesen Zehner an die Seite zu legen, damit gehe ich morgen früh einen Kaffee trinken. Und ich will euch was sagen, Leute. Ich habe hier gerade eben eine Aufnahme bekommen. Grüße gehen raus, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Der Rainer ist schon wieder beim Beck. Da geht der Zehner gerade drauf. Oder er war zumindest beim Beck. Kannst du dir nicht ausdenken? Ups, mein Mikrofon war aus. Ich wollte eigentlich weitermachen, aber Rainer, stell dir noch eine Rechnung auf, warum sich diese 10 Euro für Kaffee lohnen. Hören wir uns das doch mal an. Übernachtung nicht, aber das ist natürlich etwas, was morgen zumindest einen heißen Kaffee einbringt. Das ist sowieso, ey. Kaffee morgen ist Vertreit Kummer und Sorgen. Ja, und das ist ja nicht nur das, das ist auch die Tatsache. Generell einfach. Jetzt hört euch bitte diese Rechnung an. Einfach was heißes dann wieder in der Früh gleich. Er spart mein Wasser, spart meinen Gaskocher und spart noch dazu meinen Tee. Er spart Wasser, indem er sich für 10 Euro Kaffee kauft. Rainer, du sparst kein Wasser, du verschwendest 10 Euro. Mit 10 Euro kannst du dir wie viel Pakete von diesem Krümeltee kaufen? Ich weiß nicht, was kosten die? 99 Cent? Ich hab so ein Zeug nie getrunken, als ich ganz klein war mal. Hab mir aber nicht geschmeckt. 99 Cent? Und er sagt, die 10 Euro für den Kaffee sparen ihm ein paar Krümel von seinem Tee. Und es spart ihm Wasser. Kannst du dir nicht ausdenken? Bruder? Nee. Ah Leute, ich hab mal weiter gehört. Rainer erzählt jetzt, dass er Schulden hat. Und er hasst sich natürlich dafür, dass er Schulden hat. Aber auf privater Ebene. Dann kann man ja wenigstens mal, kann man so 2 Jahre, sagt man so, wenn es mir 2 Jahren gibt, gibt es es mir in 2 Jahren. Rainer, es gibt nur eine Person, die dir noch Geld leihen würde. Fängt mit M an, hört mit Arion auf. Ich sag jetzt aber hier keine Namen. Rainer, diese Person erwartet gar nicht, dass du ihr was wiedergibst, glaube ich. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Person erwartet, dass du ihr das Geld wiedergibst. Wäre ich jetzt in einer Situation wie Marion und hätte einen Gumbel, der in deiner Situation wäre und der fragt mich, hör mal Arnie, könntest du mir ein Hunni leinen. Dann weiß ich, wenn ich ihm diesen Hunni gebe, dann werde ich ihn nicht zurückbekommen. Wenn ich ihm diesen Hunni gebe, dann gebe ich ihm den aus Freundschaft. Zurückbekommen werde ich den nicht, den kann ich mir abschreiben. Und so ist es bei Marion auch. Ach, ich wollte gar keine Namen nennen. Pech, Arnie, du musst auch mal aufpassen. Ich gucke mal weiter. Und ich muss schon wieder für eine Lapalie pausieren, aber ich möchte hören mal rein, was Rainer hier sagt. Es spielt nämlich überhaupt keine Rolle, ob du 50 oder 50.000 Euro auf der Bank hast. Rainer, wenn das keine Rolle spielt, warum ist dann deine E-Bahn auf deinem Block? Das würde ich gerne wissen. Das wäre das, was dieser Gast jetzt fragen sollte. Rainer, wenn das keine Rolle spielt, warum fragst du nach Geld? Warum sagst du die ganze Zeit, ich bin so arm dran, meine E-Bahn ist da, bitte Geld, bitte Geld. Warum? Wenn du doch so bedeutungsschwangere Sätze hier rauslässt, egal ob du 50 Euro oder 50.000 Euro hast. Rainer, wenn dir das egal ist, warum dann die E-Bahn-Nummer? Warum das Gebettel, wenn es doch egal ist? Sorry, das musste gerade einfach raus. Ich schau mal weiter. Leute, ein paar Sekunden später schon wieder das nächste Ding. Unfassbar. Kannst du nicht ausdenken. Ich zeige es euch mal, was er hier sagt. Nee. Manchmal. Oder so. Manche Menschen, ich zum Beispiel, ich bin ja ein Mensch, ich komme auch alleine klar. Rainer ist ein Mensch, der kommt alleine klar. Ja, ist egal, ob du 50 oder 50.000 auf dem Konto hast und er ist ein Mensch, der kommt alleine klar. Ich sage euch mal, was der alleine nicht mal mehr kann, sich den Hintern abwischen. Just saying. Der kommt alleine klar. Rainer, ohne die Leute, ohne diese Zahlen, du liest aus deinem Chat, würdest du verhungern. Du erzählst die ganze Zeit, die Gemeinde, die muss mir helfen, die müssen mir helfen, die müssen mir helfen. Du kommst alleine klar. Wem möchtest du? Rainer, das ist einer der besten Witze, die ich seit langem gehört habe, wirklich. Nee. Ich schaue mal weiter. Leute, jetzt kommt gerade einer, den müssen wir uns anhören. Wie gesagt, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Leute da, wo ich in Berlin unterwegs war, wo ich die Leute in Berlin gesehen habe, ich habe mir auch gedacht, fuck, da laufen hunderte Leute, Menschen, laufen an denen vorbei und ich denke mir, ich bleibe halt stehen, schaue mir das an. Das hilft den Leuten, wenn du stehen bleibst, dir das anschaust. Ich denke mir, was kann ich da nicht, kann ich nichts machen, kann ich nichts helfen? Unterputzdeckel. Kann ich halt nicht, in meiner Situation hat schon zweimal nicht, hätte ich jetzt zum Beispiel so die Möglichkeit von YouTube. So und hier hören wir, ab hier fängt der interessante Fahrt an. Welche Möglichkeiten er dann hätte. Hören wir mal rein. Das sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Er sagt es ganz ehrlich, wir wissen, was das bedeutet. Hätte ich noch die Möglichkeit von meinem Hauptkanal mit YouTube und so, wo ich diese 5.000, 6.000 im Monat verdiene, ich wäre einfach gegangen, ich hätte mir die nächste Bank gesucht, ich hätte dann ein bisschen, hätte ein bisschen Kohle abgehoben, hätte dann ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken gekauft und hätte dann vielleicht noch ein 50er oder was zugesteckt und hätte es dann da hingestellt und hätte gesagt, hier, bitteschön. Das hätte er gemacht. Kleiner Funfact, er hatte diesen Hauptkanal über 10 Jahre und das ist nicht passiert. Rainer erzählt jetzt so oft aus der Vergangenheit. Hätte ich das noch, würde ich das machen. Hätte ich den Ranger noch, würde ich eine Welttur machen. Würde ich ein bisschen durch die USA cruisen, ich würde hier durch Deutschland cruisen, euch die ganzen Städte zeigen. Hatte er Zeit für, ist nicht passiert. Jetzt erzählt er, er hätte seinen Kanal noch, hätte er sein Geld noch, hätte er den Leuten geholfen. Hatte er, ist nicht passiert. Dann erzählt er, hätte er sein Haus noch, könnte er sein Haus schön renovieren. Hatte er über 10 Jahre Zeit, nicht passiert. Rainer zeigt, er zeigt dir Beispiele, die er alle hätte, er hätte alles erfüllen können, was er da erzählt. Und nichts ist passiert. Gar nichts. Von Content zeigen, über Leuten helfen, über das Haus renovieren, egal was, für alles hatte er Zeit und er hat es nicht getan. Und jetzt sagt er, ja, wenn ich das jetzt könnte, dann würde ich das jetzt, aber ach Gott, das war eine klare Sache. Natürlich, du verlogener, du. Wir schauen mal weiter. Und wir haben schon die nächste Szene, meine lieben Freunde. Rainer vergleicht hier gerade Straftaten. Das kannst du nicht ausdenken. Die Hupe eines Autos ist ein Warnsignal, sagt er hier. Und vergleicht das jetzt mal, was passiert, wenn man hupt. Hört mal rein. Und da das ja ein Gefahren, ein Gefahren, ein Warnsignal ist, ist das genauso ein Notrufmissbrauch, wie zum Beispiel bei der Feuerwehr anzurufen. Zu hupen ist genau so, als wenn du bei der Feuerwehr anrufst. Junge, ist das wild. Also ich hätte, also ich dachte eigentlich, dass ich schon viel weiter wäre hier. Ich wollte, ich dachte, es passiert sowieso so viel Blödsinn. Aber solche Sachen, das muss man einfach mal ansprechen. Dass er sagt, Hupen ist genau das gleiche, als würdest du bei der Feuerwehr anrufen. Also, Bruder, Rainer, ich würde Geld bezahlen, dabei sein zu dürfen, wenn du bei der MPU sitzt. Wirklich. Ich schaue mal weiter. Und schon wieder. Wir sind noch nicht mal in der ersten Stunde durch, Leute. Wir haben wieder eine Survival-Lord. Hören mal rein. Ganz ehrlich, ich überlege gerade wirklich, einfach in den Wald zu gehen. Um mir wirklich ein Feuer zu machen, Alter. Denn jeder gute Survival-Experte weiß, der beste Ort, um Feuer zu machen, unkontrolliert, ist natürlich im Wald. Hm? Ja. Hören wir weiter. Also ein Feuer kriege ich an, da mache ich mir keinen Kopf. Ein Feuer bekommt er an, da macht er sich keinen Kopf. Rainer, ich möchte die nächste Challenge ausrufen. Du baust, oder du machst ein Feuer ohne Hilfsmittel. Dann machst du dir ja keinen Kopf. Ich kriege auch ein Feuer an, Rainer. Einen Liter Sprit, ein Feuerzeug, kriege ich jedes Feuer an, kein Thema. Mein Kumpel Alfred, der hat ein Feuermach-Video gemacht. Bruder, der hat es richtig drauf. Ja, mit so einem Feierstil. Rainer macht sich Feuer an, da macht er sich überhaupt keinen Kopf drüber. Rainer, mit einem Feuerzeug, vielleicht. Aber, äh, sonst eher nicht so. Die nächste Challenge ausgerufen, Shelter, habe ich schon gesagt, ich spende 50 Euro für einen guten Zweck. Beim Feuer, egal wie du das Feuer anbekommst, halt ohne Hilfsmittel. Nur mit, entweder Steinen und Holz. Ja, du kannst ja auch einen Bogen bauen, hier, diesen Feuerbogen. Kannst du auch gerne machen. Nächste Challenge, nochmal 50 Euro für einen guten Zweck. Ich schaue weiter. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben es ein paar Sekunden weiter geschafft. Ein paar Sekunden. Meine lieben Freunde, wir hören mal rein. Ich habe ein Survival-Outdoor-Handy. Es gibt kein Survival-Handy. In einer Survival-Situation hat man kein Handy. Kannst du mal den Thomas Gast fragen. Ähm, ja, Survival-Outdoor-Handy. Das ist das, was kaputt geht, wenn es mal runterfällt. Ja? Und diesen Spruch fand ich jetzt sehr gut. Okay, ja, okay. Ja, okay, ist halt ein Riener gut. Alter, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Und dieser Mann hat kein Schlafsack, kein Zelt, keine Isomatte, keine Luftmatratze und wie er gerade eben gesagt hat, kurz vorher, keine Jacke. Er hat aber ein Survival-Outdoor-Handy. Er ist vorbereitet. Er hat keine Jacke im Winter in Deutschland. Ja? Er hat keine Jacke, aber er ist vorbereitet. Ganz im Ernst, ähm, hier ist es schon warm, wo ich wohne. Ja? Wenn ich hier aus dem Fenster gucke und Leute sehe, die laufen in kurzer Hose und T-Shirt rum. Wenn ich jetzt rausgehen würde, würde ich mich auch so dressen. Und selbst ich habe hier im Kleiderschrank drei Jacken und einen Mantel. Just saying. Denn wenn es nochmal kalt werden sollte, dann bin ich vorbereitet. Ohne Survival-Outdoor-Handy. Mhm. Ich schaue mal weiter. Gott, es ist so viel Quatsch da drin. Es ist wirklich so viel. Wenn ich das höre, ich bin vorbereitet. Der ist obdachlos, hat kein Zelt, kein Schlafsack, kein Nichts, aber ein Handy. Er ist vorbereitet. Junge, da... Man kann sich manchmal nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ehrlich? Das ist... Nee. Ich schaue mal weiter. Liebe Leute, ich hoffe, ihr wisst, ich liebe euch. Ja? Und ich hoffe, ihr spamt mir hier die Kommentare voll. Ein bisschen für den Algorithmus. Und lasst ein Like da. Ich schaue mir hier gerade wirklich, wie gesagt, nicht am Stück, aber ich schaue mir diese 8,5 Stunden für euch an, damit ihr es nicht tun müsst. Ich filetiere euch hier die besten Dinger raus, weil ich euch liebe. Und ich hoffe, ihr liebt mich auch. Und lasst ein Like da und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Ich schaue mal weiter. Warum habe ich gesagt, ich würde mich bei jedem trivialen Ding anhalten? Das ist ja Quatsch. Es sind ein paar Sekunden nur vorbei. Und er hat so einen Spruch rausgeprügelt. Ey, Leute, ich muss es euch zeigen. Nachdem er gesagt hat, er hat keine Jacke, sagte der andere Dulli, der da zu Gast ist, das hier. Das garantiere ich dir. Ich komme klar. Hauptsache, er hat zwei Pullis. Dann ist er glücklich. Zwei Pullis reichen vollkommen aus. Ey, ich würde so frieren, Alter. Ich friere auch. Aber ich meckere deswegen gerne drum. Ich friere auch, aber ich meckere deswegen ja nicht rum. Er hat in den ersten zwei Minuten gesagt, er würde sich gerne eine Aura ertränken, weil es so kalt ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich meckere deswegen... Das gibt es doch nicht. Bruder! Ich meckere deswegen nicht rum. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Ich muss draußen schlafen. Bitte gebt mir Geld. Ich meckere aber nicht rum. Es ist gar nicht kalt. Doch, es ist kalt, aber ich meckere nicht. Ne, Leute, das musste ich euch jetzt zeigen. Ich gucke weiter. Bis gleich. Da ist euer Arnie wieder. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind über die erste Stunde. Rainer erzählt hier von seinem Portugal-Plan. Ja, wir hören mal kurz rein. Hey, Rade. Ach so, okay. In Portugal scheinen sehr viele Live-Aussteiger zu sein. Echt jetzt? Ja, ja. Er meint, ja, Auswanderer. Scheint es eine richtige Aussteiger-Szene zu geben. Ja, und ich habe die auf Portugal noch nicht so erlebt. Auf Mallorca ist das ganz heftig. Auch an der Ostküste von Spanien ist es sehr viel. Aber da leben meist die Älteren, die ihr Leben wirklich im Griff haben. Sagen wir mal, die den Lebensabend da verbringen, ihr Leben genießen. Es gibt viele Aussteiger, natürlich. Gerade im Süden. Ich sage, viele schaffen es nicht. und wenn ich dieses Video sehe von dieser einen Mulle und ihrem Kerl, die da in einer Müllkipp hausen, ja, die haben eine Roomtour gemacht. Das könnt ihr bei Klonto auf dem Kanal sehen. Der Kanal ist in der Videobeschreibung. Leute, Wahnsinn. Ja, das ist unsere Küche, das ist unser vorläufiges Badezimmer. Da stehen zwei Eimer. Unser Badezimmer. Da stehen zwei Eimer. Junge. Also ich sage euch, auswandern ist nicht so einfach. Rainer macht es mit 700 Euro. Ich bin gespannt. Ich schaue mal weiter. Ja, Leute, es hat knapp 20 Sekunden gedauert. Da bin ich wieder. Wir hören mal, was Raini sagt. Es geht auf keine Kuhhaut. Ziemlich, ich sage jetzt nochmal, Z-Promis gewonnen sind und Leben davon und sind auch auf Mallorca und sowas. Das habe ich halt mitbekommen. Aber dass das jetzt so Aussteiger sind, wird das. Ich bin eigentlich auch in der Situation, dass ich ein Z-Promi, C-Promi bin. Ein Z-Promi wäre schon richtiger. Ja, das stimmt. Oder Z-Promi. Aber ich bin halt leider kein Erfolgreicher. Rainer, deswegen nennt man sie Z-Promis, weil sie eben nicht erfolgreich sind. Du bist eigentlich genau das. Und hier finde ich es schön, dass du es endlich mal sagst, dass du dich für ein Promi hältst. Ja, dann hör auf, dich zu beschweren, wenn du mal fotografiert wirst. Du hältst dich selber für einen Promi. Und ich sage, das ist wild. Wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Wir schauen mal weiter. Liebe Freunde, wir sind fast bei Stunde zwei. Stunde 52. Es ist nicht so viel Atemraum, das passiert. Ab ein, zwei Dinge waren dabei. Da dachte ich mir, ach nee, komm. Der Gast ist auch leider sehr, sehr laut, den er da drin hat. Und das möchte ich euch nicht antun. Wir reden aber gerade über den Kanal von meinem lieben Freund, dem Ofi. Ja, der heilige Ofenkäse. Und Rainer sagt hier etwas sehr Interessantes. Wenn er etwas behauptet, sind das Fakten. Wir hören mal rein. Etwas, etwas, was aber, etwas, glaube ich. Ist aber etwas, etwas, was aber, etwas, ist aber etwas. Okay, okay. Das ist schon etwas. Ja, ja. Das ist etwas. Das ist etwas. Mit dieser Unterstellung ist aber, Jetzt hört mal genau zu. Aber etwas, was mir ja auch oft vorgeworfen wird, dass ich bestimmte Sachen unterstelle. Nur, dass meine Unterstellungen immer auf Fakten beruhen. Es beruht immer auf Fakten, okay? Das merken wir uns bitte und hören dann einen Satz weiter. Und, wenn man sich mal anschaut, wie lange Ofenkäse und auch Mimon sich schon an mir festbeißen. Gerade Ofenkäse ist, glaube ich, schon seit fünf Jahren oder so dabei. Ofenkäse ist seit fünf Jahren dabei. Diese Unterstellung beruht natürlich auf Fakten. Diese Fakten schauen wir uns doch mal kurz an. Das hier ist der Kanal vom Heiligen Ofenkäse. Ihr könnt es hier sehen. Der Kanal ist erstellt worden am 13. 1. 2022. Etwas mehr als ein Jahr. Ist das nun her? Rainer sagt, dass er schon seit über fünf Jahren Videos über ihn macht. Das sind Fakten. Er hat vorher gesagt, dass alles, was er sagt, beruht auf Fakten von seiner Unterstellung und direkt im Satz danach denkt er sich einen himmelschreinenden Schwachsinn aus, der wieder jeden Satz von Gut und Böse ist. Und er sagt vorher noch alles, was er sagt und alles, was er beruht auf Fakten. Und danach dieser Satz. Schwierig. Schwierig. Ich schau mal weiter. So, Leute. Zwei Stunden 24 Sekunden. Yay. Hier sagt Rainer mal wieder was. Da dachte ich mir, da sagst du was zu. Let's go. Weil jeder Klick, jeder Abonnent, jeder Follower, jeder noch so kleine Furz, den Ofenkäse oder auch Mimon oder auch wie sie alle vor ihnen und nach ihnen geheißen haben oder heißen werden. Jeder einzelne von diesen Klicks ist eigentlich ein Klick wegen mir. Nein, Rainer. Das stimmt nicht. Denn wir reagieren oft auf den gleichen Content, nennen wir es mal. Wir reagieren oft auf das gleiche Video. die Leute, die sich dann das Video bei Ofi anschauen, die es sich dann beim Metal Kasper anschauen oder bei Mad Dog, bei Klonta, bei so vielen, bei mir, bei so vielen Leuten. Es gibt so viele Leute. Die schauen sich dieses Video nicht drei, vier Mal wegen dir an. Die schauen sich das drei, vier Mal wegen uns an und das finde ich großartig. Ich bin da stolz drauf, wenn irgendjemand sagt, ich habe das Video zwar schon gesehen, aber bei Ani schaue ich es mir nochmal an. Die gucken, die kommen ja nicht wegen dem Video, die kommen wegen dem, was ich zu sagen habe. Das finde ich halt großartig. Das ist total super. Ja, wir hören mal ein bisschen weiter. Mag arrogant klingen, gut, ist es auch, aber es ist auch eine Tatsache. Nein, es ist nicht. Genauso wenig wie eine Tatsache, genauso wenig ist es eine Tatsache war, dass das Ovi schon seit fünf Jahren über dich Videos macht. Nein, es ist beides nicht wahr. Weil ohne meinen Content hätten sie diese Klicks und diese Reichweite nicht generiert. Das sage ich ihm, da hat er recht. Ohne ihn hätten wir nicht so große Kanäle. Das stimmt. Wahrscheinlich. Ja, ich gebe ihm hier recht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir so große Kanäle hätten, vielleicht hätte ich auch irgendwas anderes gemacht und ihr hättet es trotzdem gemocht. Vielleicht wäre mein Kanal auch ohne Rheini so groß geworden. Wahrscheinlich aber eher nicht. Das gebe ich ihm. Zumindest hätten sie diese nicht auf diese Art generiert. Vielleicht hätte Ofen Käse ja mit seinem Sportkanal Video weiter auch irgendwann nochmal eine Community aufgebaut. Ja, ganz genau. Die Chance ist nicht so hoch, aber sie besteht, klar. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hätten das vielleicht zwei, drei Leute angeschaut und das wäre halt nie über fünf Klicks oder was pro Video hinausgegangen. So, hier möchte Rainer sagen, dass wir im Endeffekt alle so groß geworden sind wegen ihm. In der Geschwindigkeit hat er dazu 99,5% recht. Zu einer Wahrscheinlichkeit von 99,5% hat er da recht. Da muss man ihm recht geben. Wo Rainer uns aber eigentlich recht geben müsste, wäre, dass er ohne uns auch auf seinem kleinen Kanal mit 50 Abonnenten, wo er noch die Namen alle vorgelesen hat, wovon drei seine anderen Accounts waren, zwei Accounts von seiner Schwester waren, ein Account von ihrem damaligen Freund war, ein Account von Aymala war. Ohne die Wollte, jetzt wärst du doch auch nicht größer geworden. Da hättest du mit deinen 50 Abonnenten, als du angefangen hast Autogrammkarten zu machen und Autogrammkarten zu bestellen und Merchandise herzustellen. Rainer, mit 50 Abonnenten ohne uns wärst du doch auch nicht groß geworden. So, und das musst du auch verstehen. Wir wissen das, wir können uns das eingestehen, dass unsere Kanäle nicht in der Zeit so rasant gewachsen wären ohne dich. Da hast du recht. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber Rainer, genauso wahrscheinlich habe ich damit recht, dass dein Kanal auch nur auf 50 Abonnenten und 5, 6 Klicks wären. Ohne die Wolle Hates. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Aber das versteht Rainer nicht. Rainer versteht das nur in eine Richtung. Ich schaue mal weiter. Jetzt kommt wieder eine Gleichung von unserem Reini, die hören wir uns mal an. Wie viele YouTuber mich eingeschlossen gibt es irgendwelche Videos veröffentlicht haben und damit wirklich auch Reichweite generiert haben, dass sie davon auch vielleicht nicht leben konnten, aber zumindest finanziell genug eingespielt haben. Rainer, wenn du finanziell genug einspielst, kannst du davon leben. Was sagst du jetzt? Sie können nicht davon leben, aber sie spielen finanziell genug ein. Versteht ihr das? Würdet ihr den eure Abrechnung machen lassen? Das ist der Mann, der zwei Tage die Woche Büro macht, gemacht hat. Das ist der Mann, der sagt, davon kann man nicht leben, aber finanziell holt man gut was rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Leute, das wird auf jeden Fall zwei Teile hier, sag ich euch. Für euch sind das jetzt nur lustige 35 Minuten. Ich stehe, ich sitze hier, ich mache zwischendurch noch was anderes, ja. Ich habe zum Glück heute frei. Es ist wie verhext, eigentlich gehe ich dann zur Schule, zur Sprachschule, wenn ich frei habe. Heute schwänze ich mal für euch und schaue mir das hier an. Ich sitze jetzt hier seit, wenn man alles zusammen nimmt, knapp zweieinhalb Stunden und höre mir diesen utopischen Schwachsinn an. Acht Stunden halte ich das nicht durch. Ich versuche das in nur zwei Teile zu machen, weil ich euch liebe und weil ihr es natürlich so schnell wie möglich hintereinander bekommen sollt. Mache ich jetzt nicht irgendwie drei oder vier Teile, es soll ja auch nicht zu kurz werden. Ihr kennt das vom Arni, ein Stündchen muss schon sein. Aber sich achteinhalb Stunden hier hinsetzen, Leute, und wie gesagt, ich mache zwischendurch nicht viel anderes. Ich habe gerade noch kurz den Abwasch gemacht, den Flur durchgewischt und so weiter und habe mir das Gehirn gebrochen. Ich glaube. Ich hoffe, es ist nur verstaucht. Aber wir hören jetzt erstmal noch weiter rein. Leute, für euch ist es nur ein paar Sekunden her. Für Rainer jetzt mittlerweile knapp zehn Minuten. Als Rainer gesagt hat, dass wir alle nur wegen ihm groß geworden sind und ich habe gesagt, hey, eigentlich bist du auch wegen uns groß geworden. Rainer hat das schon sehr oft verneint. Aber jetzt hören wir doch mal rein, was Rainer jetzt ein paar Minuten später sagt. Weißt du, wie ich mit YouTube angefangen habe? Ich habe in den ersten zwei Jahren 85 Abonnenten gehabt und schon Autogrammkarten machen lassen und Merch und pro Video vielleicht fünf bis zehn Aufrufe. So und das ist der Standard. Irgendwann habe ich dann diese Videos angefangen wo ich mich über die Leute aufgeregt habe, weil die meine Sachen kaputt gemacht haben, die damals mein Forum und meine Webseite schlecht gemacht haben und Sachen veröffentlicht haben und mich irgendwie belästigt haben und alles und all diese Sachen haben irgendwann dafür gesorgt dass ich immer mehr Reichweite generiert habe und er hat jetzt wirklich das wiederholt was ich eigentlich gesagt habe er hätte seinen kleinen Dulli Kanal gehabt und er wäre nie größer geworden nie sage ich euch wie es ist ich habe seinen Content gesehen damals 2014 Anfang 2014 Ende 2013 Mitte 2013 ich habe die Sachen gesehen die er gesagt hat und gemacht hat nie im Leben wäre der über 100 Abos gekommen nie und er sagt jetzt gerade selber dass es erst angefangen hat Reichweite zu generieren und Klicks zu generieren als er sich über die Woller Hates aufgeregt hat erst die haben ihn groß gemacht das sagt er hier gerade so wie es ist einer ohne die wäre es aber nix doch denn ich bin der große Reini ist klar ich wollte euch für euch ist jetzt nur ein paar Sekunden her für mich jetzt schon wieder etwas über 10 Minuten für Reini ist es auch 10 Minuten her das heißt er hat es vergessen das was er gerade Ofi vorgeworfen hat das gleiche war mit seinem Kanal bis er die Wolle ins Spiel gebracht hat dann wurde er größer ohne die Woll Dates wäre er auch nichts ich schaue mal weiter meine lieben Freunde wir sind ein paar Minuten weiter Reiner erzählt wie der Utopisches let's go eigentlich habe ich sehr viel dafür getan und habe auch eigentlich alles soweit erreicht der Gast hat gesagt niemand kommt im Leben etwas geschenkt und Reiner sagt er hat sehr viel getan ja für deine jetzige Situation und dann bin ich halt Hilfe und dann bin ich halt gestolpert weil mir irgendjemand ein Bein gestellt hat ja Reiner und das warst du selbst du selbst hast dir ein Bein gestellt aber schiebt nicht immer alles nur auf andere finde ich ein sehr guter Spruch ich glaube ich auch genug Dreck am Stecken so wie die anderen auch ich glaube keiner ist in irgendeiner Art von eurem Game da unschuldig weder du noch die Hater und Kritiker ich schieb gar nichts auf andere hat gerade eben noch gesagt dass Ovi seit fünf Jahren über ihm her zieht er schiebt gar nichts auf andere ich schiebe nur das auf andere was sie wirklich auch gemacht haben fünf Jahre hm hm schwierig schwierig Rainer das hat er nämlich nicht gemacht ich schau mal weiter so wir sind ein paar Sekunden weiter ähm ich werde das Video jetzt hier nicht abspielen ich werde euch sagen was er gesagt hat denn es fallen wieder ein paar Wörter die sind nicht ganz so freundlich ähm wenn man schaut ich gebe es jetzt ungefähr so wieder wie er es gesagt hat wenn man schaut was muss ich getan haben um so eine Situation zu bekommen Leute die viel schlimmere Sachen gemacht haben wie Mörder und so die werden viel besser behandelt sich was habe ich getan dass ich in dieser Situation bin Rainer diese Mörder ist meist im Gefängnis ja diese Option hattest du auch du hättest ins Gefängnis gehen können du wärst heute wahrscheinlich wieder draußen wärst in Vergessenheit geraten na gut bräuchte gute Führung na gut du bist nächstes Jahr wieder draußen wärst in Vergessenheit geraten und könntest auch so ein Leben führen du hast deine Schuld verbüßt wie die dann auch wenn man das so ich weiß es wird halt offiziell so gesagt sie haben ihre Schuld verbüßt kann man jetzt von halten was man will aber offiziell haben sie das getan mit zwei Jahren Gefängnis wärst du ganz gut dabei gewesen hätte ich dir gegönnt und danach hättest du von mir aus einen Neuanfang machen können dann hätte ich gesagt für das was du gemacht hast hast du deine Schuld verbüßt das wolltest du aber nicht du wolltest deine Schuld nicht wieder gut machen an der Gesellschaft du wolltest deine Schuld nicht büßen und deswegen bist du in dieser Situation in der du jetzt bist wenn du sagst dass denen das alles besser geht als dir 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 viel schlimmere Sachen gemacht haben reiner dieser Option stand dir offen du hast dich dagegen gewährt du wolltest nicht ins Kittchen hattest du gar keine Lust drauf das wollte ich nur mal kurz loswerden denn wenn er jedes mal sagt ich habe keinen umgebracht oder so ja reiner das ist nichts wofür man sich brüstet 99,9% der Menschen haben noch keinen umgebracht ja merkwürdig ich höre ich sehe aber keinen hier durch die Straße drehen hallo hallo habe ich aber noch keinen umgelegt was hast du jetzt bin ich ein guter mensch oder nicht junge was für ein blödsinn und dann wirklich dieses ja denen geht es besser als mir die haben eine viel bessere situation als ich ja reiner diese option stand dir frei du wurdest dazu verurteilt und wolltest nicht und jetzt sagst den geht es aber besser als mir so ne so geht das nicht reiner wir sind in der nächsten Szene unser Reini hat einen Satz angefangen ich habe sofort pausiert 5 Sekunden zurück gespult und wir hören ihn uns zusammen an let's go wenn ich die Möglichkeit hätte einen Job zu bekommen wo ich halbwegs gut verdiene reiner diese Möglichkeit hattest du und hast sie abgelehnt reiner selbst war es gestern oder vorgestern im Stream wollte dieser Buaga oder wie der hieß wollte dir einen Job geben du hast gesagt nein du hast Möglichkeiten du wirst nicht reich ja du wirst Mittelschicht und das kann mit deiner Vorgeschichte mit deiner Ausbildung mit deiner Schulbildung reiner ist das schon sehr viel wir hören mal weiter muss jetzt nicht reich werden natürlich du bist ja sehr bescheiden ne der hat eine Sonderschule besucht eine Förderschule hat keine Berufsausbildung ist seit zehn Jahren arbeitslos und hat jetzt nicht die Intention reich zu werden na das ist ja verrückt absolut jenseits meines interesses aber ich will halt auch mir mal was leisten können ich möchte ins Kino können ohne dann immer Sorge zu haben ich kann die miete nicht zahlen oder so oder einen Monat oder zwei Monate sparen damit ich mal am Wochenende mal was essen gehen kann oder so ja gut es gibt ja genug Jobs die man machen kann die Geld bringen wenn ich jetzt hier dein oh 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 da da steht im chat hier ich hab's dir gestern angeboten du hast mich gekonnt ignoriert ach sehr schön damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet das ist schön hier steht er ich hab's dir gestern angeboten du hast mich gekonnt ignoriert mal gucken ob er drauf eingeht oder ob er ihn weiter gekonnt ignoriert doch Rainer es war sehr leicht gestern und das nachweisbar ich hab ja 2015 und 16 noch gearbeitet neben YouTube und Livestreams TikTok und alles 2016 hat er nicht mehr gearbeitet ich hatte immer mal längere Zeit keinen Job hab aber auch immer zeitnah eigentlich wieder was neues gefunden wie kann man längere Zeit keinen Job haben wenn man wieder zeitnah was gefunden hat das widerspricht sich du hast einfach längere Zeit kann wir haben das nachgeprüft das heißt wir ich hab es gesehen dass andere nachgeprüft haben du hast genau 2,75 Jahre gearbeitet in deinen 33 Jahren die jetzt alt bist das ist ein Witz das Hauptproblem bei mir ist ich hab ne relativ schlechte Ausbildung nein Rainer du hast gar keine Ausbildung gar keine also ich bin genau genommen gar nicht ausgebildert sehr gut sehr gut schön dass das selber sagt keine Ausbildung für den Beruf und ich hab halt auch eine relativ schlechte schul sorry wenn ich jetzt hier nochmal unterbreche aber hier sagt das ich hab's dir gestern angeboten und jetzt schreibt dieser guido hier Rainer hat es schon oft genug erklärt Alter das ist ja wohl diese Schleimer da im Chat Junge ne schul 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 für mein ding also sogar für meine sonderschul verhältnisse bin ich schlecht ja du warst selbst in der sonderschule schlecht gut dass du es einsiehst so da gehst als Straßenkern und kriegst dafür dein Geld ja da wären wir aber wieder bei dem was ich mindestens das machen hier in Spanien übrigens sehr viele man kann hier in den meisten Städten in Spanien vom Boten Essen jeder also wirklich jede Stunde gehen Leute die Gehwege entlang und kehren hier verdienen möchte ja aber man muss doch Abstriche mal was ist dir lieber für weniger Geld wenigstens dann mal eine Unterkunft zu bezahlen von mir aus auch vom Staat zu leben und dafür dann wenigstens warm zu schlafen zumindest in den Wintermonaten oder die ganze Zeit draußen zu streamen und die ganze Zeit vielleicht zu denken du erfrierst oder so andauernd auf der Straße erkannt zu werden und dieser Buaga ohne Spaß ja aber die Lösung kann noch nicht sein auf Tic Tac zu betteln ja doch das ist Reiners Lösung sehr guter Satz also pass auf Reiner erklärt jetzt pass auf Dennis H passt du auch auf ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr Nein tust du nicht ich habe damals neben der Schule gejobbt nein hast du nicht du hast damals erzählt dass du sogar den Nachmittag Unterricht geschwänzt hast damit du dir Pokémon anschauen kannst Reiner und jetzt erzählst du hast nebenbei gejobbt wer soll dir irgendein Wort glauben nein Reiner hast du nicht Wochenende habe an Dingern gearbeitet an Dingern ja an in den Ferien und so und ich habe immer oh warte mal ich brauche mal eben meine Lampe Reiner muss wieder ablenken jetzt weil er nicht weiß was er sagen soll dann rutscht ihm entweder der Rucksack runter oder er braucht eine Lampe oder er ist gerade fast gestolpert oder er sieht irgendwo einen Vogel alles gut ach scheiße das geht natürlich jetzt nicht jetzt sehe ich hier nichts und fuck du mal geht das so jetzt wisst ihr warum ich euch die Filetstücke rausschneide oder der halbe Stream ist ist der halbe Stream ist so ich mache hier mal kurz jetzt Stop und gucke alleine weiter und wenn was passiert hole ich euch dazu so hier erzählt Rainer weiter es sind etwas über 30 Sekunden vergangen mit Schnaufen und Pusten wir hören mal was Rainer weiter erzählt also es ist es ist ja so aufgrund meiner Ausbildung oder meiner so gut wie nicht vorhandenen Ausbildung nicht wie so gut wie nicht vorhanden sondern nicht vorhanden habe ich relativ schlechte Karten in einem Beruf rein zu das ist sehr richtig Rainer das stimmt du kannst von einem Beruf jetzt nicht erwarten oder von einer Firma nicht erwarten dich königlich zu bezahlen verstehst du das geht nicht das sagst du gerade selbst du hast keine Ausbildung eine schlechte Schulbildung du kannst jetzt du wirst jetzt nicht irgendwie Manager in einem großen Konzern das ist so kommen ich habe seit meinem 14. Lebensjahr gearbeitet nein und ich habe alle möglichen Arten von Jobs gemacht nein ich habe das heute jemandem dem ASB Mafia habe ich heute schon erzählt ich habe wahrscheinlich hat er geschrien ich habe Scheiße weggeräumt also nein Kanalarbeiten du passt in keinen Kanal ich habe in Stahlwerken gearbeitet nein ich habe in Holzfabriken gearbeitet alles was er jetzt erzählt ich höre jetzt hier auch auf also zumindest jetzt für diesen Teil hier es geht natürlich jetzt weiter ich höre mir das jetzt nicht an jetzt kommt hier Stahlwerke Holzfabriken Spielzeugherstellen und so weiter er hat vielleicht in Holzfabriken und in Spielzeugfabriken gearbeitet aber irgendwo hinten im Lager ja das traue ich ihm zu dass er Kisten von A nach B geräumt hat das gebe ich ihm das hat er auch nicht sehr gut gemacht wahrscheinlich deswegen wurde er überall entlassen aber wenn er jetzt hier erzählt ich habe schon in so vielen Jobs gearbeitet Rainer du bist immer hinten auf dem Lager gestanden immer das ist nicht in so vielen Jobs arbeiten nur weil du in vielen verschiedenen Firmen warst das ist kein das ist nichts Positives ne Positiv ist wenn du dein ja fast dein Leben lang in einer Firma bist weil es dir da gefällt weil dir das Umfeld gefällt weil dir die Arbeit gefällt die Chefs gefallen dir und so weiter und du gefällst allen anderen damit hast du nämlich ein gutes Leben dann auf der Arbeit das ist was man potzen kann oder ich war in meinem ganzen Leben nur in zwei oder drei Firmen sowas aber nicht ich war in 60 Firmen in drei Jahren das ist nichts womit man angibt wirklich nicht ich schaue mal weiter für euch weil ich euch liebe so wir hören weiter rein wir sind immer noch im gleichen Thema ich habe das einfach mal mit den Firmen übersprungen werde ich da nicht mehr reinkommen und gleichzeitig ist es aber so du hast recht man müsste Abstriche machen aber ich für meinen Teil und tut mir leid aber da bin ich mir vielleicht selbst zu schade für Rainer ist sich selbst zu schade irgendwo zu arbeiten wo er wo er nicht als Manager irgendwo sitzt da ist Rainer sich zu schade zu das kannst du dir nicht ausdenken der Mann ohne Ausbildung ohne Schulbildung ohne irgendwas ist sich zu schade Abstriche zu machen ne bis gleich und ein paar Sekunden später geht es weiter Rainer sagt er hat unglaublich viel Content er hat keine Angst vor der Zukunft denn er hat so viel Content dass er seinen Content auch komplett umstellen könnte macht keinen Sinn ich weiß ähm er sagt aber auch es geht gar nicht darum was in Zukunft ist wir gehen ja davon aus wo ich oder wie ich jetzt hier hingekommen bin dann sagt der andere Kerl ja Rainer aber ne die Zukunft wird weiter so laufen du änderst ja nichts es wird ja so bleiben jetzt kommt Rainer weiter machst und anderen Content machst zum Beispiel mit diesem rumreißen mit dem Auto was was wird passieren Rainer du hättest diesen Content schon machen können hast ihn aber nicht gemacht ja wir hören jetzt mal weiter wie wie wollen die mir meinen Schein dieses Mal wegnehmen wenn ich keinen Blödsinn mache erstens gehe ich davon aus dass du Blödsinn machen wirst falls du deinen Schein wiederbekommen würdest aber da kommt halt zweitens ich gehe nicht davon aus dass du deinen Schein wiederbekommst du wirst deinen Schein nicht wiederbekommen wenn ich keine Scheiße baue die können mir meinen Schein nur wegnehmen wenn ich die gleichen Fehler wiederhole was ich natürlich nicht gedenke Rainer du wiederholst immer und immer und immer und immer und immer wieder deine Fehler immer und immer wieder aber wie gesagt ich gehe nicht davon aus dass du deinen Schein wiederbekommen wirst nein ich schaue mal weiter übrigens ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Matti der hat zwei Ausschritte bekommen wo Rainer sich mit dem Autofahrer anlegt er sagt Bruder das ist wild ich habe es noch nicht gesehen aber auch Rainer selbst zu Fuß Autos anzuhalten und sich mit Autofahrern anzulegen die Autos zu filmen deren Kennzeichen freizugeben Rainer das ist alles ein Eingriff in den Straßenverkehr all das Rainer du wirst immer und immer wieder deine Fehler wiederholen immer und immer wieder ähm hier bekommt der Gast spenden das geht ja auch das haben wir von Hank schon gelernt der war ja bei diesem komischen Jason Dooley zu Gast war hat er 50 Euro irgendwie gekriegt das er jetzt nicht abholen kann ähm ja der Gast bekommt ständig irgendwie eine Rose gespendet und sagt jetzt was dazu hört mal wie Rainer da reingrätscht die da andauernd eine Rose spendet wie gesagt die nächste Spende geht ans Tierheim oder an irgendwas sagt mir wohin ich spenden soll und spende ich was also nur um das klarzustellen er redet von den Spenden die ihr ihm schickt ne also weiter an Rainer spenden nur nicht also die nicht meine spenden ans Tierheim sondern seine nur um das klarzustellen seine spenden nicht meine das ist echt Wahnsinn wir hören mal ein bisschen weiter ja genau auf jeden Fall ich meine ich würde Rainer das wäre doch mal was kommen oh jetzt kommt Rainer wieder ich würde ich würde naja komm let's let's find out ich würde mich anschließen sag wohin die Spende geben soll beschissen in Lage befinden würde du keine Ahnung ganz ehrlich dann spend doch einfach 1 Euro 1 Euro hilft schon mehr also ich hab früher ich bin ja lange Zeit diese das möchte ich mir jetzt nicht anhören da werde ich Matt bin ich ganz ehrlich da werde ich Matt wenn er jetzt sagt ich war früher hier beim WWF und Greenpeace und hast du nicht gesehen was er sich da alles zurechtspinnt das möchte ich mir jetzt gerade nicht anhören da werde ich da werde ich Matt sage ich euch wie es ist ich pausiere mal und höre weiter alleine für euch ich finde diese Frage die jetzt hier gestellt wird vom Gast sehr interessant wir hören mal rein oh Moment ihr seht ich hab 5 Sekunden zu weit gespult und ihr hört nur Willa machst du heute noch hast du jetzt geplant suchst du dir jetzt direkt einen Schlafplatz oder ich bin auf dem Weg zum Schlafplatz also ich muss mir jetzt dann suchen natürlich erst aber ich bin schon mal auf dem Weg in die Richtung Rainer scheint einen Schlafplatz zu haben oder sich einen vorzustellen eine Bank wer weiß vielleicht ein grünes bequemes Plätzchen irgendwo in dem Feld aber als er sagte wie lange machst du heute noch der Stream geht jetzt noch 6 Stunden 6 Stunden geht dieser Stream jetzt noch deswegen ich hoffe ihr verzeiht mir wenn ich das ey ich werde es vielleicht in 3 Teile machen oder so vielleicht sogar in 4 also mehr als diese 2,5 Stunden kann ich mir am Stück nicht geben ich mache jetzt noch ein bisschen weiter weil ich jetzt nicht genau bei einer Stunde aufhören will das ist einfach das wäre jetzt ein bisschen zu klischeehaft die Pflichtstunde hier abzuspielen aber ich sage euch länger als 3 Stunden kann ich mir einfach nicht pro Stream geben oder pro Video ich liebe euch wirklich sehr aber bitte habt ein bisschen erbarmen mit eurem Arni 3 Stunden am Stück Reiner zu schauen ist wirklich heftig Leute das war sehr schön hier das müssen wir uns zusammen anhören hören wir mal rein dir wurde ein Job angeboten ja leider regelmäßig Reiner dir wurde ein Job angeboten ja das passiert mir leider regelmäßig das kannst du dir nicht ausdenken was für eine Antwort darauf dir wurde ein Job angeboten ja das passiert mir leider regelmäßig das gibt es doch gar nicht das ist doch nicht sein Ernst das passiert mir leider regelmäßig das ist doch das ist doch irre das könnte er mir doch nicht erzählen das ist der Mann der sagt ja ich finde keinen Job ne ich finde keine Wohnung ne die wurden Job angeboten ja passiert mir leider regelmäßig das gibt es nicht ach ist das schön ich schaue weiter Leute ach hier hat Reiner die nächsten Quatsch erzählt wir hören rein Leute wir hören zusammen rein let's go und die Leute wollen ja also zumindest das was ich dann so gehört habe oder gesehen habe wollen ja dann viele dass du eigentlich nur dich aus der Öffentlichkeit rausziehst und dass du einen normalen Job anfängst ich habe mich vier Monate aus der Öffentlichkeit rausgehalten darauf wollte ich hinaus ich habe mich vier Monate aus der Öffentlichkeit rausgehalten nein hat er nicht es waren nicht mal anderthalb er hat Zeitungsinterviews gegeben er hat ab und zu mal einen Tiktak hochgeladen und so weiter und so weiter er hat sich niemals länger als anderthalb Monate aus dem Internet rausgehalten nie es hat keiner was gehört keiner was gesehen doch Reiner haben wir nichts veröffentlicht doch die haben dein Interview natürlich hast du das nicht veröffentlicht aber du hast das Interview gegeben ich möchte nur mal so auf diese kleinen kleinen Dinger die Reiner immer und immer wieder versucht zu bekräftigen ja ich habe mich schon zurückgehalten ich habe schon mal versucht zu arbeiten ich habe schon mal das und das gesagt nein hat er nicht nein ganz einfach und hier was Buagabelle sagt du versuchst es nicht mal ja ist so und Reiner ich kann dir sagen ich werde Aufrufe machen Kampagnen werde ich in die Wege leiten damit dich keiner beim Arbeiten stört denn Leute wenn ihr Reiner irgendeinen Gefallen tun wollt wenn er arbeiten muss dann ist es wenn ihr da bei der Arbeit anruft oder die belästigt und er fliegt dann raus dann kann Reiner sagen hab ich euch doch gesagt Reiner wird sich von der ersten Sekunde an wie er in dieser Firma auftaucht wird er sich wünschen bitte 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 ruft hier an bitte 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 macht irgendwas holt mich hier raus nein Reiner ich will dich mal lochen sehen das ist was ich möchte das ist das was viele von uns möchten ich schaue weiter ach Leute hier möchte ich gar nicht spoilern was jetzt kommt wir hören es uns mal an das denke ich auch nicht haltet euch fest wenn ihr nicht sitzt setzt euch jetzt hin aber im Endeffekt du bist die Person um die es geht und nur du hast in der Hand was zu verändern und dein Ding zu machen und wenn du jetzt wirklich nach Portugal gehst dann gehst du nach Portugal im Endeffekt aufhalten kann ich keine außer du selbst und das finanzielle und der Bewährungshelfer das nicht durchziehst dann ist das so und dann wird nur die einzige Konsequenz die passiert wenn du nicht nach Portugal gehst ist dass die meisten sagen die haben es doch gesagt und du sagst dann es hat am Geld gelegen oder an was hat es gelegen also wenn dann liegt es höchst am Geld wirklich weil der Wille ist da ich hab jetzt passt auf Leute haltet euch jetzt gut fest kann ich ja witzig erzählen ich habe ja gestern tatsächlich ernsthaft drüber nachgedacht zu laufen nach Portugal zu laufen versteht ihr das nach Portugal laufen das wäre Content ja ich habe sogar rausgesucht wie lange es dauern würde also bis dahin bist du wirklich wie du selbst sagst ich bin ganz ehrlich ich habe es gerade auch rausgesucht ja nicht mehr fett wenn du wirklich bist ja das habe ich auch gesagt habe ich auch gesagt mit den Leuten habe ich gesagt dann komme ich mit 20 Kilo oder so da naja theoretisch gesehen wäre es gar nicht so schwierig also doch Rainer der Otto normal Dully wie ein ich ja der bräuchte 466 Stunden das sind knapp 20 Tage in diesen 20 Tagen ist aber nicht eingerechnet Essen Schlaf Toilette Pausen gar nichts ist eingerechnet man läuft 20 tage 24 stunden am tag dann braucht man 20 tage wenn ich jetzt wirklich von da aus laufen würde würde ich die zahl einfach mal verdreifachen dass ich so ein drittel am tag laufe dann bräuchte ich als Otto normal Dully 60 tage 2 monate und da ist kein tag bei wo ich mal pause mache ich würde 60 tage lang laufen jetzt nehmen wir reiner dann müssen wir diese zahl noch mal mindestens verdoppeln selbst wenn er es schaffen würde einen dritteltag zu laufen müssten wir diese zahl verdoppeln denn reiner ist nicht der schnellste dann wäre er bei 120 tagen und das auch nur wenn er jeden tag läuft reiner meint es gar nicht so schwer 20 tage bin ich da diese denkweise von reiner die hat mich schon immer ich will nicht sagen fasziniert eher verstört wie sich jemand denken kann ich laufe mal eben nach Portugal ich habe übrigens Emskirchen Lissabon genommen als Route ist gar nicht so schwer ich laufe da mal eben rüber diese Gedankengänge nach zu vollziehen faszinieren mich irgendwie das ist ja wir hören mal weiter nach der Route die es mir auf Google Maps angezeigt hat würde ich quasi könnte ich theoretisch bis nach Karlsruhe fahren mit dem Zug dann läufst du aber nicht aber okay und von da aus laufen so dann wäre ich auch relativ schnell über der Grenze gut ich habe dann wäre ich quasi in Frankreich müsste ich dann halt quer durch laufen einfach mal quer durch Frankreich laufen warum nicht durch Frankreich der wiegt über 200 Kilo einfach mal quer durch Frankreich laufen ja klar und kann ja dann zwischendurch auch immer mit der Zug fahren wenn ich mal Geld habe oder nicht also runterkommen würde ich ja klar Rainer sicher ich habe jetzt die Route nicht ganz geschaut aber ich kenne bei Bordeaux die Grenze nehmen ich weiß nicht ob du schon nach Katalunien reinkommen würdest vorher sonst würdest die Grenze dann bei Bordeaux irgendwo nehmen dann San Sebastian und so weiter an der Nordküste langlaufen bis du irgendwann in Portugal bist geht ganz einfach lauf einfach los es gibt ja auch andere Leute die ganz ohne Geld runtergekommen sind da leben ja auch viele Aussteiger und so Leute die ohne Geld runtergekommen sind ich weiß wollen das weiß ich nicht ich kann mir vorstellen mit sehr wenig Geld irgendwie Last Minute Flug oder so vielleicht ich kenne mich da nicht so gut aus bin ich ganz ehrlich ich glaube nicht dass die gelaufen sind und ich kann dir sagen Rainer per Anhalterfahren ich weiß nicht wie es in Frankreich aussieht per Anhalterfahren ist in Spanien verboten ja nicht dass du auf diese Idee kommen solltest also da gibt es Möglichkeiten gibt es da schon so ist es nicht Autsch Mann was ist das gewesen also Möglichkeiten gibt es da schon viele andere Möglichkeiten aber da habe ich halt leider auch keins wäre ein Fahrrad ein Fahrrad Rainer welches Fahrrad trägt dich denn und wie willst du es schaffen mit dem Junge mit dem Fahrrad nach Portugal jetzt hält er sich für Jan Ulrich gerade eben war es Justian Bolt jetzt hält er sich für Jan Ulrich es switcht einfach er ist ein Switcher gut mit dem Fahrrad runterfahren ähm ich glaube mit also mit Laufen von Emskirchen aus also da wo ich eigentlich immer bin von da aus hätte es geheißen 20 Tage ja er hat auch von Emskirchen ausgesucht schau so weit habe ich noch gar nicht geschaut wieder er hat auch von Emskirchen ausgesucht und er denkt sich wahrscheinlich es sind hier 20 Tage ja bis dahin wo ich wollte ungefähr bis nach Lissabon sind 20 Tage ganz kurz Muschelfreund ich habe keine Angst vor den Hatern weil ich weder zu Rainer Winkler stehe noch gegen ihn mir ist das total egal du bist mir auch total egal sie können alle machen was sie wollen ich habe genug Sachen bekommen schon von vor längerer Zeit die den Rainer in seiner Art und Weise von ihrer Seite aus Wiegerspiegel das kann jeder wie gesagt mir ist es mir ist es wirklich total egal ich will jetzt über Rainers Fußmarsch reden hier nicht über dich geh weg das ist egal und auch also von daher in dem ich gesagt habe ich finde sein Content merkt er nicht dass ich ihn nicht haben will ich will Rainers Fußmarsch hören das warum soll ich Angst verhören okay sorry tut mir lau sondern positiv von den Hatern aufgenommen mir ist es wirklich zu Rainer Winkler auch gesagt blut mir auch die Memes okay jetzt geht es anscheinend nur noch um den Typen hier schade ich dachte es kommt jetzt noch ein bisschen weiter und dieser Fußmarsch hätte mich echt interessiert wie Rainer sich das vorstellt 20 Tage bis nach Lissabon Bruder ich hätte so gerne seine Gedankenzüge darüber gehört ach wäre das schön gewesen ich höre weiter so nächste Szene die Genie schreibt hier rein aber nicht dass er sich als Mobber vergeben kann denn er ist Mobber ist Mobber äh ja wir hören mal was passiert und weil du jetzt ich habe ja gesehen du hast gerade die Genie weggeblockt gell ich habe gar niemanden geblockt ich habe das Handy nicht mal in der Hand dann kann Rainer auch sehr gut auf den Chat eingehen ne wenn er das Handy irgendwo einstecken hat ok also jemand hat auf jeden Fall die Genie weggeblockt warum das jetzt auch sein muss finde ich hier steht dann hier Ben schreibt ich ich habe sie geblockt ich bin hier Blocker Nico schreibt endlich sie raus ja ganz ganz großartiger Chat jetzt auch schwachsinnig eigentlich weil im Endeffekt sie hat ihre Meinung gesagt äh ok Ben war's ja gut geblockt kann sie niemand kann sie nur jemanden timeouten Ben wieso hast du dich jetzt getimeoutet ich finde es sehr schön dass er gar nicht danach schaut äh er wird gleich erstmal Ben das hat er da macht er schon immer mit seinen Mods macht er das sehr gerne dass seine Mods immer gleich dran sind man erinnert sich an Abby äh die ich auch nicht sehr mag ähm ich kann da die ähm die Videos empfehlen äh Draches Helfer finde ich sehr schöne Videos da wurde leider am Anfang vergessen dass Abby der schärfste Hund bei Rainer auf dem Discord auf dem Teamspeak war äh das ist als kleiner als kleiner Tipp äh das wurde aber später wurde das nachgeholt also es wurden später diese Teamspeak Sachen von ihr gezeigt wie sie sich da verhalten hat und so weiter das war schon na es sind gute es sind gute Videos ähm das letzte Video war Abby Sunrise davor war es glaube ich Baby Chrissy ähm Draches Helfer heißen die Videos sind sehr gut wir hören mal weiter also seine Meinung äußern darf man Leute ja dafür ist Rainer bekannt ne dass man seine Meinung äußern darf Rainer ist ein ganz ganz großer Verfechter der Meinungsfreiheit ähm er würde das auch niemals nem Hank nem Ofi nem Mimon nem Arnie nem Klonter nem Maddog egal wem er würde das niemand niemals würde das jemandem verbieten oder Moment äh Ben vor allem seine Meinung äußern darf man wenn man ja nicht beleidigend ist und so weiter darf man das machen ich zum Beispiel bin überhaupt nicht beleidigend ja Ofi niemals beleidigend aber er ist er wohnt mietfrei bei Rainer im Kopf das wäre eigentlich voll die geile Stelle ich wäre geschützt ich könnte ah ok Rainer hat eine Stelle zum Schlafen gefunden damit ist das Thema wahrscheinlich beendet äh ich schau mal weiter ich möchte jetzt übrigens kurz äh mal darauf hinweisen ähm Rainer glaubt er hat einen perfekten Schlafplatz gefunden an dem er sogar ein Feuer machen könnte und er würde es dann alles wegräumen es wäre sehr geschützt wir haben eins von Rainers Videos gesehen da gibt es oben im Wald etwas außerhalb des Dorfes vom ASB gibt es eine Stelle wie ein ja wie da machen die irgendwie so kleine Dorffestchen auch manchmal da ist eine Hütte da ist ein Grillplatz und so weiter warum er da nicht einfach hingeht keine Ahnung so Leute ich werde jetzt hier erstmal einen kurzen Break machen warum äh lasst mich euch kurz was zeigen falls noch jemand so lange zuschaut hört mal rein in den Stream dieses quietschen knatschen schnaufen geht jetzt knapp vier Minuten so weiter ich kann einfach nicht mehr wir sind jetzt bei ziemlich genau drei Stunden das war Part 1 ich habe euch drei Stunden in einer Stunde 15 präsentiert versuche das mit dem nächsten Part also wahrscheinlich werden es drei Parts dass ich mir jedes Mal irgendwie drei Stunden gebe vielleicht über drei oder vier Tage verteilt weil ich weiß nicht wie ob also das kann ich mir so schnell nicht nochmal anschauen vielleicht kommt morgen der nächste Part vielleicht machen wir morgen einen Klassik mal sehen vielleicht kommt auch ein anderer Stream dazwischen der irgendwie mächtig utopisch ist wo ich etwas zu sagen will ja mal schauen ansonsten ey ich ja dann mache ich das hier weiter gut Leute ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen ihr seht am Ende ich werde schon ein wenig ne drei Stunden Rainer ist wirklich hart ich dachte letztes Mal diese zwei Stunden das wäre heftig gewesen aber diese drei Stunden und wenn ich weiß es kommen einfach nochmal fünfeinhalb das ist schwer zu ertragen das ist so als wenn du eine lange Strecke läufst und dir kommt es vor Bruder ich bin seit Stunden unterwegs und dann drehst du dich um und siehst hinter dir dein Haus du weißt ey ein paar Kilometer sind das noch es ist als wenn Rainer nach Portugal läuft ja und ist noch nicht mal aus Emskirchen raus und sagt Bruder jetzt müsste ich aber gleich da sein fühlt sich das gerade an gut Leute ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen ich hoffe wir sind im nächsten Video im nächsten Stream wieder bis dahin Leute werdet oder bleibt gesund passt gut auf euch auf ganz 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 viel Liebe an euch Metal Love